So, kommen wir wieder. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar Pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet. Das dritte von oben. Da gibt's Zweeten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir da rauf? Hintenrum, durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Rotehose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Er hat ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Tja, sprichst du mit ihr selbst? Du bleibst hier. Ach, nie darf ich mit. Und da drin ist. Okay. Hey, ja, was hast du, Tinglau, gesehen? Ähm, kann ich Ihnen helfen, Sir? Und, wo ist er? Er macht Pause. Okay. Hau mir eine Putze in mir vor. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, äh... Was soll's, verschwinden wir von hier. Siehst du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Okay. Das kann ich gerade machen. Vito, Moment. Hier. Kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu's einfach. Na toll. Legen wir los. Hey, ihr zwei. Hier rüber. Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Mach die Schweinerei weg, uns bricht sich noch jemanden Hals. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeiter für euch. Na, macht schon. Hey, Richie. Komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Wer Henry noch kennt, das war unser... sozusagen der, wo uns damals die Aufträge gegeben hat. Ich hab Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komm mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir ein Treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Wurde auf Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Und keine Fragen, was das ist oder wie es satt hingekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich geb euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank. Und verpisst euch dann wieder. Willst du noch einen? War das ein Ja? Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist stolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Ungefähr fünf, sechs Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Ja, ich glaube. Machen wir. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, hilf mir mal. Scheiße. Verdammt. Der Gelde. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay. Den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Ist da jetzt auch wirklich eine Fumme? Kann man die jetzt irgendwie sehen? Keine halben Sachen hier. Los. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay. Und jetzt aufs Da. Ja. Ich habe eine Taubermünze. Sie erfüllt mir jeden Wunsch. Ehrlich? Ja. Aber klappt nicht immer. Wieso, Barkeeper? Glaubst du, ich habe mir 30 Zentimeter zum Spielen gewünscht? Das ist eigentlich Joe jetzt. Flur 18. Ja, gut. Nur 19. Verdammt. Vito, warte mal. Ich habe was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 19 Elberkohl mit modifizierten Magazinen. Gehörst du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhugel ist gar kein Ausdruck. Verliere sie nicht. Davon gibt es nur zwei auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidiot. Habt ihr ein Problem? Was gibt es denn da zu glotzen? Wacht einen Abgang, sonst komm ich ruhig und gib euch was aus dem Ort. Clement is mad. Schnell. Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Was ist das? Was ist was? Gib mir Deckung. Du bist mausetot. Ich hatte ja eine Waffe, aber was für eine Waffe? Weiter so, Vito. Du schießt wie meine Schwester. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Los, zeig dich. Scheiße. Okay, Vito. Was geht los? Nun komm, Schör. Komm, zeig was du drauf hast. Angeber. Alles okay für euch? Aber Schör ist für dich. Ich sag. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Ja. Ich soll ihn ruhig kommen. Gib mir Deckung. Hast du Schiss, Arschloch? Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Was ist dahinter? Komm. Der nicht wieder. Gut. Das war's damit. Komm. Gib mir Deckung. Du bist mausetot. Los, Vito. Los, Vito. Weiter so, Vito. Mann, du schießt ja beschissen. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ach was. Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. 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 Hier ist Klebeband. Fessle ihn. Mach ich. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Und muss der Raufen. Halt mal. Guck jetzt mal auf die Karte. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Okay. Aber man sieht die Räumse statt. Wie nix ist. Wir haben zumindest einen Teil. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn's uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Okay. Das ist das richtige Stockwerk. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. So. So. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken nie... Scheiße! Mann! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, hm? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie Hirn amputiert. Verdammt! Scheiße! Ich hätte mir fast auf meine neuen Schuhe gepistet. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Ah, scheiße! Der Wichser lebt! Ihr Arschlöcher! Fass, ihr Hülle! Scheiße, Wetter, Clementi, darf nicht entkommen! Mann! Hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde... Nein! Ich hab nichts getan! Nein! Hat wohl sein Martini gestellt. Wow! Deckung geht ja kaputt von mir. Los, zeig dich! Gib mir Deckung, Vito! Du, Achtung! Hinter den Glaswind! Schnapp dir den Kermitin! Wow, vollartig! Das ist erstklassiger Fug. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Das ist alles? Dann blüht dir was! Los, Vito! Gibt's nur mal kurz in Deckung bleiben. Ich bin der beste Profi Schnaps und so wenig Zeit! Joe, konzentriere dich auf die Arbeit! Oh, so sieht aus, dass er einen Screenshot gemacht hat. Der wurde mir auf der Map gar nicht angezeigt. Der scheiß Behinderte. Mann, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch! Nein! Ich hab nichts getan! Du bist Machen! Hat wohl sein Martini gestreckt. Gib mir Deckung! Achtung! Hinter den Glaswind! Das ist alles? Hohoho! Schnapp dir den Kermitin! Oh! Vorsichtig! Das ist erstklassiger Vorsicht! Oh-oh! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Alles okay, bereut! Hast du das beim Militär gelernt? Nein. Nicht schlecht, was? Diesmal gehe ich den Fehler nicht nochmal. Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Moment. Erstmal die Waffe aufsummeln. Das ist alles? Hohoho! Los! Verstand! Molotov! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Hast du das beim Militär gelernt? Ah, scheiße. Die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Geht was! Oh, scheiße! Da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. Drei, zwei... Hey, was ist denn hier los? Schwer ablehnt. Gegen dich haben wir nicht. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie erwischt. Keine Sorge. Wir kriegen ihn. Wo? Was ist denn hier? Oh! Pass auf! Wurschtig, Joe. Bewegt deinen Arsch, Vito! Wir müssen Morphie helfen! Gib mir weg, Unvito! Du schießt wie meine Schwester. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Hast du Schiss, Arschloch? Josje! Zack, zack! Wurschtig geil. Ich bin der... Ich bin der... Oh, Mann! Warum schreibt der mich eigentlich in jeder Aufnahme zu zeigen? Warum schreibt der mich eigentlich in jeder Aufnahme zu zeigen? Oh, Mann! Scheiße! Sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Wie sehr geizig! Du kannst nichts mehr für ihn tun! schnappen wir uns clementi fahr los okay aber das war also bis zum nächsten mal